Knapp 10.000 Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge in Berlin teilen sich 1.350 Ladepunkte an 650 Standorten. Doch während die Zulassungen unaufhörlich steigen, stagniert der Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Bundeshauptstadt. Wir haben auch in den Städten immer noch zu wenig. Nicht so wie vor zwei Jahren, einfach hinfahren und anstöpseln. Hier in Marzahn-Hellersdorf gibt es einfach so gut wie keine Ladeinfrastruktur. Mittlerweile ist es wirklich so, ich muss hinfahren, gucken, ob sie denn besetzt ist. Das passiert in letzter Zeit nämlich immer häufiger und häufiger. Es sind mehr Elektroautos unterwegs. Ich glaube, in Berlin haben wir jetzt hier eine achtfache Überzeichnung mit Elektrofahrzeugen auf Ladestationen. Also hin und wieder vereinzelt man einen Schnarchlader, aber das war es dann auch schon. Bloß jetzt komme ich da natürlich vorbei, möchte auch laden, aber ich weiß ja nicht, hat er sich da gerade erst hingestellt? Lohnt es sich in drei Stunden wiederzukommen oder fahre ich doch lieber erst morgen wieder hin? Das geht natürlich nicht ewig gut und da müssen wir schneller werden. Doch wie kann eine Millionenstadt wie Berlin diese Masse an Ladeinfrastruktur für alle Bürger zur Verfügung stellen? Es ist natürlich auch nicht Aufgabe einer Kommune, für entsprechend ausreichend Ladeinfrastruktur zu sorgen, sondern auch von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Aber die Kommunen müssen natürlich die Grundlagen schaffen, dass die privatwirtschaftlichen Unternehmen am Ende des Tages Ladesäulen errichten können. Im Grunde warte ich seit vier Jahren auf eine individuelle, persönliche Ladesäule vor der Tür, die natürlich auch andere nutzen können. Dieses Ganze verschärft sich momentan immer mehr, weil ich immer mehr Autos sehe mit einem E-Kennzeichen, die hier rumfahren, die hier wohnen, die Leute, die teilweise Plug-in-Hybride oder rein elektrische Autos haben. Das heißt also, die Ladeinfrastruktur, die jetzt noch gar nicht da ist, die würde auch von ganz vielen anderen Leuten mitbenutzt werden. Und das ist mein Anliegen, dass jetzt hier endlich mal was passiert. Mein Name ist Remo Clavetta. Ich fahre seit 2016 elektrisch. Mitte 2020 bin ich auf die Firma OnCharge aus Köln aufmerksam geworden, bei der man Ladesäulen beantragen konnte. Das klang halt erst mal ganz komisch, weil da jemand ist, der sich um meine Belange kümmert, der irgendwie schaut, dass man bedarfsgerechte Ladeinfrastrukturen aufbaut. Habe mich dann da kurz eingelesen, habe dann eine Ladesäule beantragt und habe auch relativ schnell Stück für Stück Informationen bekommen, dass die aufgestellt werden kann und darf. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze wieder mit dem Arschi eingerissen wurde. Die Stadt Berlin hingegen möchte alternative Mobilitätslösungen wie beispielsweise öffentlichen Personennahverkehr oder den Fahrradverkehr verstärkt in der Innenstadt fördern und weniger die Kraftfahrzeuge. Doch dann stellt sich die Frage, warum Bezirke wie Tiergarten mit knapp 15.000 Einwohnern über mehr als 100 Ladestationen verfügen, während Randbezirke wie Berlin-Lichtenberg mit fast 300.000 Einwohnern auf nicht einmal 30 Ladestationen für Elektrofahrzeuge kommen. Ich wohne ja hier nunmehr im Außenbezirk von Berlin, aber bin auch des Öfteren mal in Mitte mit dem Auto unterwegs, ansonsten auch Zoologischer Garten unterwegs mit dem Auto. Also wenn ich da die Ladesituation sehe, da habe ich eigentlich eine höhere Dichte an Ladesäulen wie hier in den Außenbezirken. Und das ist eigentlich schade, weil in den Innenbezirken arbeiten mehr Leute, ja, aber es wohnen dort weniger Leute. Und deswegen wäre es doch eigentlich besser, die Ladesituation auch dort zu verbessern, wo die Leute wohnen. Ja, bis zur nächsten Ladesäule habe ich in die Richtung 1,3 Kilometer und in die Richtung 1,2 Kilometer. Also möchte man morgens nicht laufen, wenn man zur Arbeit will. Eine Ladesäule wäre eigentlich schön, wenn ich hier eine hätte. Ja, und aus diesem Grunde habe ich mich an Oncharge gewandt, um zu einer Ladesäule in meiner Nähe zu kommen. Und der Berliner Senat scheint da irgendwie was dagegen zu haben. Bisher habe ich es immer noch ganz gut hinbekommen mit den Aufladungen, mit den Fahrten, dass man dann halt eben unterwegs bei der Strecke selber auflädt. Ich merke aber auch immer mehr, dass bekannte, verwandte, Freunde sich E-Autos kaufen, ohne groß drüber nachzudenken, was ja auch richtig ist in dem Falle, wo sie dann den Strom herholen. Das heißt also, ich sehe halt eben massiven Bedarf, dass diese Säulen einfach da stehen und ich sie nutzen kann. Und nicht halt überlegen muss, dass ich mir jetzt ein Auto hole und mich dann noch um die Ladeinfrastruktur kümmern muss. Wir sind jetzt hier bei mir auf Arbeit vor Ort im Prenzlauer Berg. Und auch hier habe ich leider nicht die Möglichkeit, öffentlich zu laden. Großartig. Klar, kleine Stücken fährt man natürlich mit dem Fahrrad. Aber wenn es dann doch mal größere Strecken gibt und ich nicht zu Hause laden kann und ich auch nicht auf der Arbeit laden kann, dann wird es schon echt schwierig. Ich selber wohne auch, zwar nicht hier, aber auch in so einem Mehrgeschosser, dürfte mir dort zwar eine Lademöglichkeit an die Hauswand machen, aber dann kommt halt das große Problem. Ich müsste von der Hauswand über das Grundstück, über den Gehweg und bis zum Gehweg ist das kein Problem. Da kann man Verlängerungskabel legen, aber dann halt am Gehweg, da hat mir die Stadt Berlin gesagt, du darfst nicht drunter, nicht drüber und auch nicht drauf mit deinem Elektrokabel. So und hier wäre eigentlich eine schöne Stelle für eine Ladesäule, ein großer Parkplatz, wo ständig zwei Elektroautos übernachten. Großes Wohngebiet mit Einzugsgebiet entsprechend. Und dazu hatte ich halt mal bei BE Mobil nachgefragt, auch so eine Säule zu installieren. Da hieß es dann nur zu mir, naja, momentan sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft, können wir momentan nicht machen. Ich habe selber beim Senat eine Ladesäule beantragt, ein Jahr bevor ich das Auto, also in Auftrag gegeben habe, das Auto kam dann. Und erst zwei Jahre später, nachdem das Auto schon da war, sprich nach drei Jahren, wurde diese Ladesäule erst gebaut, was mich sehr gefreut hat. Allerdings ist es so, dass die mittlerweile, ja, leider oft zugeparkt ist. Okay, ich arbeite hier in Johannistal, wäre halt schön, dass man dann halt eventuell arbeitsnah eine Ladesäule hätte. Und dazu hatte ich dann bei On Charge nachgefragt. Ja, und da hat momentan halt auch die Stadt Berlin ein Problem. Alleine im Berliner Raum haben wir mittlerweile über 200 Anfragen. Jede einzelne Anfrage wurde von mindestens einem Bürger gestellt. Bürger, die in Mehrfamilienhäuser wohnen, die keinen eigenen Stellplatz haben, um sich selbst eine Wallbox zu installieren. Und genau diese Bürger haben Bedarf und brauchen öffentliche Ladesäulen. Und so einfach kann es aussehen und so einfach kann es gehen. Thema Ladeinfrastruktur, gerade hier zum Beispiel in einer größeren Wohnsiedlung im Südwesten Berlins, Thermometersiedlung, dem einen oder anderen, mag das vielleicht was sagen, wo viele Leute auf engem Raum wohnen, ihre Autos auch hier an dem Straßenrand abstellen, braucht es Ladeinfrastruktur. Das ist völlig klar. Aber wie üblich in Berlin, es gibt hier weit und breit keine Lade. Nein, es gibt doch eine Ladestation. Wir haben nämlich heute einfach mal eine Ladestation hier aufgebaut und die ist von OnCharge. Und darüber unterhalte ich mich jetzt ein bisschen mit der Denise. Denise, ihr seid ja hier auf einer Mission. Erzähl mal, worum geht es? Es geht darum, dass wir in Berlin Ladeinfrastruktur errichten wollen. Wir machen das Ganze bedarfsgerecht. Also die Bürger melden sich bei uns, sagen, wo sie Bedarf haben, wo keine Ladesäule in Berlin im Umkreis steht. Und wir schauen dann nach einem passenden Standort. Und dann wurde uns ganz schnell klar, dass das in Berlin nicht so einfach wird. Aus verschiedenen Gründen, da die Stadt Berlin das Berliner Modell hat und auch einen bestimmten Betreibervertrag, den man unterschreiben muss. Der Vertrag würde zum 15.07.2022 ablaufen. Und damit müssten dann auch alle errichteten Ladesäulen wieder abgebaut werden. Wir haben erst gesagt, sie haben sich irgendwie vertan. Weil wir eine E-Mail bekommen haben, wir haben gesagt, okay, die haben sich doch irgendwie vertippt. Die meinen bestimmt irgendwie, ja, 2028, wie auch immer. Und dann haben wir telefoniert. Und dem war aber nicht so. Also es hieß dann, die Ladesäulen können jetzt für anderthalb Jahre, also bis zum 15.07.2022 errichtet werden. Und müssen dann laut Vertrag wieder abgebaut werden. Und ja, es haben unendliche Gespräche dann stattgefunden, wo wir gesagt haben, okay, wie stellt ihr euch das vor? Ja, man kann eine Ladesäule nicht innerhalb von anderthalb Jahren wirtschaftlich betreiben. Das funktioniert nicht. Und es ist auch nicht mal so ein Pilotprojekt, dass wir sagen, okay, wir bauen jetzt mal hier zehn Ladesäulen in Berlin auf, sondern wir wollen 200 aufbauen. Die Bürgeranfragen dafür liegen vor. Es ist nachgewiesen, dass da Bedarf ist. Es ist auch wirklich so, dass an den meisten Standorten tatsächlich mehr als eine Bürgeranfrage da ist. Und ich dachte, Berlin hat aber immer wieder darauf quasi verwiesen, nein, nur bis zum 15.07.2022. Und dann ab dem 15.07.2022 soll es eine neue Regelung geben. Und dann haben wir den Vorschlag gemacht, na ja gut, dann machen wir es vielleicht so, wir schließen jetzt den Vertrag. Aber mit einer Klausel, dass sich der Vertrag dann stillschweigend mit dem neuen Vertrag, den wir bisher noch nicht gesehen haben, verlängert. Wo wir gesagt haben, natürlich gehen wir da auch schon dann, wenn das so geht, ein gewisses Risiko ein, weil wir natürlich nicht wissen, was steht in dem neuen Vertrag drin, erhöhen sich die Sondernutzungsgebühren, was auch immer. Aber wären wir tatsächlich bereit zu gewesen. Aber Stand heute gibt es noch keine Informationen, die rausgegeben werden dürfen, was nach diesen 15.07.2022 passiert. Also ich habe auch heute tatsächlich nochmal zwei interessante Gespräche mit Berlin geführt und niemand dort möchte Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Also keiner kann einem weiterhelfen. Niemand möchte Verantwortung dafür übernehmen, weil es natürlich wieder in 15 verschiedenen Ämtern geregelt wird. Es ist nicht nur ein Amt oder, wie sagen wir, eine Person dafür zuständig. Sie geben selber zu, dass sie sich gerade in einer misslichen Lage deswegen befinden. Und gestern wurde uns dann angeboten, eine Lösung für das ganze Problem zu finden, dass wir da weiter vorankommen. Aber die Lösung, bis sie die Lösung erarbeitet haben, würde es noch fünf bis sechs Monate dauern. Das heißt, euer Geschäftsmodell ist, dass ihr, wie zum Beispiel hier eben in der Siedlung sagt, wenn hier Leute sich bewerben, wenn hier Leute sagen, wir brauchen hier Ladeinfrastruktur, dann könntet ihr zum Beispiel hier an eine Ladestation aufbauen. Was würde das denn die Leute kosten, die sich hier vielleicht gemeldet haben bei euch, dass so eine Station hier gebaut wird? Für die Mieter oder Eigentümer, die sich für diese Ladesäule registrieren und auch für die Stadt ist der Aufbau komplett kostenlos. Wir refinanzieren das Ganze über den Stromverkauf. Eigentlich ja eine Win-Win-Situation für die Stadt. Sie muss nichts investieren. Sie verbessert aber die Infrastruktur für saubere Mobilität und eine Win-Win-Situation für die Leute, die es nutzen würden. Warum rennt man euch nicht die Bude ein und sagt, ja, macht? Woran liegt das? Das liegt zum einen an den politischen Regelungen, die, ich sag mal, in dem Land, beispielsweise jetzt Berlin getroffen worden sind, vor acht oder zehn Jahren, wo man gesagt hat, so und so muss das aussehen, so und so muss eine Ladesäule errichtet werden. Die und die Verträge haben wir und daran muss sich jeder Betreiber halten. Nur für einen Betreiber macht es natürlich absolut keinen Sinn, eine Ladesäule für anderthalb Jahre aufzustellen. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Wie lange müsste euer Vertrag laufen dürfen können? Ich meine, am besten natürlich unbegrenzt, das ist klar, damit sich so ein Aufbau von so einer Ladestation für euch wahrscheinlich rechnet. Mindestens acht Jahre, ansonsten ist es einfach nicht tragbar. Jetzt hast du gerade gesagt, und ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr in Berlin unterwegs seid, die Berliner Ladesäulen aus dem BI-Mobil, die haben alle so ein mausgraues, kantiges Design. Das muss ich sagen, gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Es gibt ja auch noch andere Ladestationen, die ganz witzig aussehen, aber das finde ich irgendwie sehr attraktiv hier, das ist rund. Sag mal, was würde das hier theoretisch so stehen dürfen? Passt das irgendwie in dieses Berliner Modell, diese Säule? Nein, also die Ladesäule würde hier nicht weiß hinkommen, sondern auch in diese mausgrau. Die Logos müssten deutlich kleiner dimensioniert werden, die Internetseite müsste weg, also die Ladesäule würde nachher ähnlich aussehen wie die jetzigen, die hier schon stehen. Aber wäre das ein Problem für euch, die Logos und das Design entsprechend anzupassen? Nein, das ist kein Problem. Das können wir individualisieren, wie die Stadt das halt dann möchte. Was bräuchtet ihr an so einem Standort wie hier für eine Zuleitung? Also sind das zweimal 11 kW, zweimal 22 kW? Was hattet ihr da geplant? Also mindestens immer zweimal 11 kW. Wir schauen, ob wir es auf zweimal 22 kW auslegen können. Kommt dann je auf Standort auch drauf an, was das Netz halt hergibt. Laut dem Berliner Modell sind ja bei den Säulen, die jetzt auch bei mir vor Ort stehen, schon zwei Anschlüsse verlegt. Das heißt also, man nutzt jetzt nur einen und könnte im Grunde relativ schnell daneben noch eine Ladesäule bauen. Ich kann jetzt natürlich nur für meinen Umkreis sprechen, dass die Ladesäule sehr gut angenommen wird. Ich habe auch ab und zu mal mir den Zählerstand angeschaut. Der ist also so schnell nach Umgang, hätte ich niemals gedacht, dass sie so stark genutzt wird, so stark frequentiert wird. Aber ich sehe halt eben so oft, wie ich nicht laden kann, dass da durchaus mehr Potenzial ist für eine zweite Säule, die man relativ schnell daneben stellen könnte. Es gibt auch sehr positive Beispiele, zum Beispiel die Stadt Bremen, Essen, Düsseldorf. Die treiben wirklich das Thema richtig voran und schaffen auch die Grundlagen für den Aufbau. Ein wichtiges Thema beim Aufbau der Ladeinfrastruktur, nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten, Landkreisen, Gemeinden. Überall ist das Thema Wettbewerb. Im Moment beobachten wir leider, dass in vielen Bereichen sich Monopole bilden, zum Teil von Netzbetreibern, zum Teil aber auch von großen Energieversorgern. Und Monopole ist sicherlich nicht die optimale Geschichte zum Thema optimale Preise. Also brauchen wir mehr Wettbewerb beim Aufbau der Ladeinfrastruktur, damit sich nachher die besten Systeme und die besten Preise einfach am Markt durchsetzen. Von daher, auch dieses Video, was wir hier heute machen, soll auch die Anregung dafür geben, mehr Wettbewerb beim Thema Ladeinfrastruktur zuzulassen. Weil so kann sich auch am Ende des Tages nur ein ordentlicher Preis für die Kilowattstunde errechnen. Und dafür muss natürlich auch ein Land oder eine Stadt, eine Kommune, die entsprechenden Vorgaben oder Richtlinien geben, die es auch zulassen, dass verschiedene Betreiber aktiv werden können. Und könnten die Nutzer hier an eurer Ladesäule, ich sehe gerade hier das RFID-Feld hier mit jeder beliebigen Ladekarte ran, oder gibt es dann eine bestimmte Bindung an irgendeinen bestimmten Anbieter? Nein, wir sind dem europaweit größten Roaming-Verbund angeschlossen, Last My Solution, das heißt, alle gängigen Lade-Apps, Ladekarten funktionieren. Okay, cool. Ja, Ladeinfrastruktur wird natürlich gebraucht, nicht nur heute, sondern natürlich noch viel, viel mehr in Zukunft. Wie gesagt, gerade auch in solchen Gebieten, wo viele Leute zur Miete wohnen, keinen eigenen Stellplatz haben. Und ja, um die ganzen Fahrzeuge, die in Zukunft auf die Straße kommen, müssen natürlich mit Strom versorgt werden. Und zwar eben möglichst nicht nur irgendwo an einer Stelle, sondern an ganz, ganz vielen Stellen. Dafür braucht es nicht unbedingt überall Schnelllader. Das kann auch wie hier AC-Ladung sein mit 11 oder 22 kW. Brauchen wir, um, wie gesagt, die ganzen Elektrofahrzeuge in Zukunft zu versorgen, damit die Luft in den Städten besser wird und wir auch die Energiewende auf die Reihe kriegen. Ich glaube, viele machen sich gar keinen Kopf. So wie eine Schwester, die hat sich den geholt und sagt, wo können wir denn jetzt laden? Wusste ich ja nicht. Ja, ist ja okay, dann mach einfach nochmal. Ich warte mal kurz, bis der hier vorbeigefährt. So, warte mal, was wollte ich jetzt erzählen? Ich habe keinen Text vorbereitet.